Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video und zwar müsst ihr einfach nur dieses komische Ding da reinstecken, diesen Würfel und dann einfach nur von rechts nach links immer nur durchdrücken, durchdrücken, durchdrücken und bis nach links und dann war's das schon. Also man muss im Gegensatz zu den ersten Rätsel gar nichts machen. Einfach nur durchdrücken. Wenn man den dann geschafft hat, dann geht der andere an und immer nur den nächsten dann weiterdrücken, sobald er früh bist. Das war's. Danach holt ihr euch das Ding und ich zeige euch, wie es weitergeht. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, ja? Peace. Bitte bewerten. Die Kell, die Schriftrolle der Alten. Die Klerch, Kalos, die Zeit erschauert bei ihrer Berührung. Es gibt keinen Zweifel. Euch treibt der Untergang an. Kogan Akatosh, die Knochen der Erde selbst stehen euch zur Verfügung. So geht denn. Erfüllt euer Schicksal. Bringt die Schriftrolle zur Zeitwunde. Zaudert nicht, Alduin wird kommen. Er kann die Zeichen nicht übersehen. Und dann kommt die Zeichen nicht überkommen. So geht's. Das war's für heute. Daar Sulturs e Alduin Vokri. Heute wird Alduins Herrschaft wiederhergestellt. Aber ich ehre euren Mut. Krifot Akrin, sterbt jetzt vergebens. Alja, ihr sollt wissen, dass Gorgreich euch in die Tore geschickt hat. Harkon, ein ruhmreicher Tag, nicht wahr? Habt ihr keinen anderen Gedanken als daran, eure Klinge in Blut zu tauchen? Was gibt es sonst noch? Der Kampf dort unten nimmt keinen guten Verlauf. Wenn Alduin sich unserer Herausforderung nicht stellt, dann fürchte ich, ist alles verloren. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Bruder. Wir werden den Sieg erringen. Warum hält sich Alduin zurück? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Er wird kommen. Er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Und warum sollte er uns fürchten, selbst jetzt? Wir haben den Schwerdenkuss gebeigebracht. Vier seiner Leute sind heute allein meiner Klinge zum Opfer gefallen. Doch noch konnte niemand Alduin selbst standhalten. Galtor, Soré, Birkir. Sie besaßen nicht den Drachenfallschrei. Sobald wir ihn herunterholen, verspreche ich mir, seinen Kopf zu holen. Ihr versteht nicht. Alduin kann nicht wie ein niederer Drache niedergestreckt werden. Seine Stärke übertrifft die unseren. Warum habe ich die Schriftrolle der Alten mitgebracht? Feldir! Wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Ich hatte dem nicht zugestimmt. Wenn ihr recht habt, neide ich das auch nicht. Wir werden uns selbst um Alduin kümmern. Hier und jetzt. Das werden wir schnell genutzen. Alduin, nertisch! Wie ihr wollt. Die uns von Zorgenwachter auszusehen sollen uns für den heutigen Tag beneiden. Dwarf! Die uns von Zorgenwachter auszusehen sollen uns für den heutigen Tag beobachten. Doch zunächst, ihr Koma. Ihr werdet in Angst dort schwecken sterben. In dem Wissen über ein gültiges Schicksal. Doch zunächst, ihr Koma. Ihr werdet in Angst dort schwecken sterben. In dem Wissen über ein gültiges Schicksal. Meine Macht zu lehren, wenn ich dem Zorgenwachter zurückkomme. Wenn ich heute sterbe, dann nicht in Angst erschrecken. Zum Ersten... Kapit! Oh, ich sehe es in euren Augen. Himmelsranke, Koma. Wartet, Alduin, ihr Geflügelter. Schwester Falke, bringt uns euren heiligen Atem, um diesen Kompon zum Hör zu bringen. Hint fort, Weltenfresser! Durch Worte und älteren Knochen als den euren, brechen wir euren Halt in diesem Zeitalter und schicken euch fort! Ihr seid verbannt! Reicht euch aus, um die Welt zu ermöglichen, bis zum Ende! Ihr seid verbannt! Es hat funktioniert! Wir haben es geschafft! Ja, der Weltenfresser ist fort. Mögen die Geister unserer Seelen gnädig sein. Geister, Schöne! Haloki! Aki, Silenzu! So? Zappen! Glaubst du gefüllt mit dem Zeilen? Stärkt jetzt, und erwartet euer Schicksal ins Ovengau. So, zerführe! Schließt euch mir ab, oder schließt euch zusammen mit eurem sterben Rücken. So war die Invention. So, zerführe! Meine alten Feinde berechtigt werden. Doch ihr seid ihn nicht in Ordnung. So, zerführe! Wohin! So, so! Ich bin Alduin, erstgeborener von Atapok, Volagi-Zok-Lot. Hier werdet ihr nicht an, wie der von eurer Hand noch von Wehre gesucht wird. Ich kommt hier nicht an. Ich werde euch überdauern, sterbliche Kreatur. Ich werde euch überdauern, sterbliche Kreatur zu werden. Ich werde euch überdauern, sterbliche Kreatur zu werden. Lord Krongrach, ihr habt wahrlich die Stimme eines Dova. Nach diesem Sieg werden Alduins Verbündete zweimal überlegen. Ni Livrachin Moro. Es ist richtig. Dies ist kein endgültiger Krongrach. Sieg. Doch nicht einmal die Helden von einst konnten Alduin im offenen Kampf besiegen. Alduin war immer Pachlork, arrogant in seiner Macht. Usnagar, Par. Er betrachtete die Herrschaft als sein Geburtsrecht. Das sollte die Loyalität der Dorf, die ihm dienen, erschüttern. Ja, einer seiner Verbündeten könnte es uns sagen. Mutmarus. Aber es wird nicht so einfach sein, einen von ihm dazu zu überreden, ihn zu verraten. Vielleicht die Hofkassion, der Palast in Weißlauf, die Drachenfeste. Sie wurde ursprünglich erbaut, um einen gefangenen Dova zu beherrschen.